Dich hole ich mir. Juhui. Tschüss. Hoh. Hoh. Fuck. Wo kam der denn jetzt her? Krass. Hoh. Krass. Oh shit. Ich weiß. Mega Risiko, aber ist mir egal. Boah, alter. Hoh. 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 Schlechte Idee. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Das sollte man vielleicht nicht tun. Wie komme ich denn da sonst rein? Hm. Hm. Okay. Vogelscheuche. Äh. Habe ich die nicht? Was? Ich dachte, ich hätte die. Ach. Ach, die hier. Was ist denn das da für ein Ding überhaupt? Ah, das kann ich nicht abweisen. Okay. aber das Ding da oben. So. Na, hallo. Hä? Wie komme ich denn da ran, bitte? Ach, jetzt. Ach, ich brauche eine bessere Harpune. Na toll. So, wir kommen ja jetzt da rein, bitte. Scheiß, wie komme ich da rein, in die Kacke. Hm. Habe ich Munition? Sonst noch wer? Ach, der da oben. Ne Molotow-Schleuder. Okay. Hä? Oh. Da habe ich was gesehen. Moment. Moment. Da habe ich doch einen gesehen. Ha, ha, ha. Bam. Ob ich den von hier treffe? Jetzt habe ich bloß keinen Geschuss mehr, ne? Ich sehe halt nix. Ich will aber da ungern reinlaufen, ne? Also, ich probiere es jetzt erst mal mit der Kache. Ah, hier ist ein Seilrutsch. Das sehe ich gerade. Aber ich habe den Walkcryer ausgeschaltet. Oh, scheiße. Ha! Was? Wie kann ich den denn abschießen, Alter? Nicht gut. Ich hänge fest. Ah. Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Und tschüss. Ich bin dann mal weg. Ah. Alter. Alter. Na toll. Boah, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie kommen wir denn da rein, bitte? Hä? Verstehe ich nicht. Wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen, bitte? Muss doch irgendwas versteckt sein. Ist hier irgendwas drin? Nein. Hm. Dass es irgendeinen anderen Weg gibt. Mach ich mir ja die Karre kaputt. Hm. Zur Vordertür würde ich nicht reinkommen. Wenn ich irgendwie da so rumschleiche? Oh! Was? Oh! Ich bin doch mal weg. Oh! Fuck! Okay, wie soll ich denn da sonst reinkommen? Alter! Ist ja unglaublich. Das gibt's ja nicht. Oh! Oh! Hammer hat Alter Vater Wie kann ich die Scheiße denn kaputt machen? Komm ich an den dran? An die Brune doch, ja das müsste gehen So Jetzt hänge ich hier fest Starkes Tor Harpune 3, na toll Ich komme aber rein Ich mache die schon kaputt so ist es nicht So jetzt aber Alter So du reparierst mal die Karre bitte Eieieieieieieiei Das war vielleicht eine schwere Geburt was? Hammer hat Ne die brauche ich jetzt momentan nicht Hier ist noch eine Harpune Ne was auch immer das ist Ich höre doch schon Leute laufen hier Haha da ist er doch Ach du Scheiße Scheiße Oh ah scheiße Ah fuck Aua verdammt Alter Alter ich muss hier weg Moment Kurz stärken Ja das hat ja da viel gebracht Verdammt Ich brauche was zum Essen Scheiße, ich bin fast tot Noch ein guter Schlag von denen Und ich habe ein Problem Alter Werder Ding Jetzt habe ich aber langsam die Nase voll von euch Was ist das Wie kann ich dich denn runterholen hier Na warte So Komm runter du Arsch Alter Okay, pass auf Ich brauche Jetzt bist du fällig hier So, anzünden Und, äh Werfen Ich muss weg Alter Oh Gott, mir geht es gar nicht gut Shit Oh Munition, sehr schön Kann ich das Ding irgendwie abdrehen Komm, dann Dreh das Ding mal zu hier Oh Essen Wahnsinn Oh, ich bin schon wieder fast voll Das ist echt genial So, da oben liegt noch was Hier ist noch ein bisschen was So, was fehlt denn hier jetzt noch Ein Relikt Zwei Insignien Und, äh Jede Menge Schrott Ach du Scheiße Wahrscheinlich hier rein, hä So Ich bin zu Hause Oh, hier ist Wasser Mega gut Hallo Ach so, aber schon verdammt knapp Ich wäre ja fast drauf gegangen Also wäre ich vorhin nicht abgehauen Dann wäre ich, äh Gestorben Hundertprozentig Was sind denn hier Diesen ganzen Kack-Insignien Von hier komme ich, ne Oh Na tolle Wurst Na gut Dann schnapp ich mir erst mal dich Alter Alter Oh Fuck Alter Alter Alter, ich bin gleich tot Ich bin nochmal weg Scheiße Oh, die laufen mir hinterher Oh, ich bin nochmal weg Tschüss Tschüss Scheiße, die kommen mir hinterher Schnauze So, gib her Oh ja Du bist fällig Alter 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 Leck mich am Arsch Alter Okay, ich bin nochmal weg Scheiße Hier ist Munizierung Alter Geh mal ein Schluck Hier Ich bin nochmal weg Alter Leck mich am Arsch Oh, das war knapp, Leute Noch knapper geht's hier wohl nicht, oder Na, hallo Wow Hammerhart Was für ein Fight Was ist denn das? Krass, krass Ich merke schon, das wird schon echt immer schwieriger Sich da zu behaupten Es ist schon echt Wahnsinn Was ist denn das? Was macht denn der jetzt? So Hallo, ich will doch Von hier glaube ich bin ich geflüchtet Wahrscheinlich habe ich noch irgendwas übersehen Ja, von da hinten kamen die auch alle Aber ich glaube, die habe ich alle geschafft Boah, ich brauche was zum Essen, ey Oh Oh Habe ich was übersehen So Boah, Alter Hm So Ein Insignia Drei Schrott Wo ist denn das Relikt, bitte? Gute Frage Wo ist das Relikt Ach, Munition Sehr schön Snipergewehrkugeln Sehr gut Die brauchen wir nämlich Ganz wichtig So Okay Sag mal hier Ach, von hier komme ich doch Schauen wir mal dahinter Ach, hier war bloß ein Tank Okay Okay, das brennt Hä Da fehlt ja noch einiges Hä Okay, warte mal Was habe ich denn da schon wieder übersehen? Warte mal Da geht es doch War ich hier schon? Hier ist, äh Nix Ist auch nix Hä? Okay Was haben wir denn hier? Hier ist nix Huch Was ist jetzt los? Jetzt ist irgendwie mein Mad Max abgestürzt Ups Ja, dann hätte ich mal gesagt Wir sehen uns das nächste Mal Und, ähm Wird mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet Und, ähm Ja Tschüss Sikowski Tschüss Sikowski Sikowski Sikowski